Torpedo. Same. Wir haben ein Leck hier unten. Einfach jetzt mal ein bisschen auf Tempo, einfach mal gucken, dass wir mal tief rein. Ja, lacht mal ein bisschen auf schnell. Nicht unbedingt jeden Kampf suchen, wisst ihr? Ja, mach mal, mach mal. Oh, oh, ich schieß, ich schieß. Oh, schön. Kapitän sagt, Gas höher, mehr Gas. Okay, Gas auf Stufe 2. Gas auf Stufe 2, wir fahren. Wir fahren runter. Okay, wir sind full life, Jungs. Also höher kann ich nicht gasen ohne... Oh, pass nicht, soll ich auch schießen? Nein, 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 einfach ignorieren, der hat uns nicht gesehen. Einfach ignorieren, wir gehen in den nächsten Tempel rein. Oh, Alter, du machst das wie ein Fortnite hier, Belle Royale. Ja, Belle Royale, wir suchen uns die Kämpfer aus. Oh, äh, nicht, 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 nicht abschießen, nicht abschießen. Wenn er kommt, schieß ich, wenn er kommt, schieß ich. Nicht berühren. Oh mein Gott. Es ist allein von der Berührung getriggert. Ach, es ist die Berührung. Schön. Oh, der hält aber viel aus. Ich reloade? Der hält ganz schön viel aus, der Junge. Ich schieß mit Maschinen an. Okay, schön. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab kein Dings, nämlich nur mein Schwer. Das ist eigentlich dumm, was ich habe. Hilfe, Hilfe. Ich fahre Spritze, warte. Schön. Reload? Kommt er zu uns noch, soll ich ihn abschießen? Danke, Reese. Kombo. Ah, löscht euch, Jungs. Boom, Alter. Okay, let's sink. Oh, Piratenschiff! 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 Ach du liebe Zeit. Oh, oh, das war richtig Kamikaze-Schiff. Oh, 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 oh. Bei mir ist einer, bei mir ist ein Pirat. Ist ein Pirat auf dem Schiff. Ja, ja. Wir ficken den, wir ficken den. Oh, der sieht aber... Der sieht aber... Wir haben lag, wir haben lag, wir haben 1 AP. Jungs, wir sind richtig low. Ich bin schnell hier rein, ich bin schnell rein. Okay, bau, 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 bau. Reparieren, reparieren, reparieren. Reparieren, reparieren, alles reparieren, alles reparieren, alles. Schnell, 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 reparieren. Schön, 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 schön. Mehr reparieren, reparieren, reparieren. Boah, reparieren, reparieren. Alles voll. Oh Gott, das war so knapp. Hier kommen ganz viele Muscheln rein. Unten ist doch ein Pirat, Jungs. Zwei Piraten, zwei Piraten, zwei Piraten. Mach die Löcher, mach die Löcher. Okay, drauf, 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 drauf. Oh Gott. Ihr müsst auch gucken, dass ihr nicht ertrinkt, ne? Ihr ertrinkt auch. Ich ertrink, ich ertrink. Ja, der nehmt mich, der pumst mich, der pumst mich. Die Scheiße bewegt sich auch. Nicht öffnen, nicht öffnen. Ey, wir müssen nach unten und das Wasserleck löschen. Ja. Aber da ist auch noch ein Pirat, Digga, ein grüner. Okay, ich musste kurz rausgehen. Ich wurde verflucht, ich wurde verflucht. Ich nehm nie wieder... Aua! Ja, der hat mich hopseln, hopseln. Jungs, 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 Jungs. Ist noch irgendwer im Leben? Nein. Wir leben, wir sind da alle unten drin. Okay, und wie mach ich das jetzt? Ja, du musst uns retten. Wie viel Leben hast du? Vier. Und ich hab keinen Atem. Ja, das war's, das war's. Aber neuer Rekord, neuer Rekord. Real Talk Schwert war echt dumm. Ja, Schwert ist nicht so. Greed the Turtle oder so war bei uns. Ja, wir sind fast beim ersten Schwert. Oh, wir haben fast den Boss geschafft. Wie viel Cashmash haben wir jetzt? Ich hoffe, genug. Nein, wir haben safe nicht genug, um uns Schwert zu kaufen. Boah, Schwert zu... Teilen wir unser Cash oder ist das für jeden Einzelnen? Ich glaub, jeder hat... Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat auch... Vielleicht teilen wir es uns auch. Okay. Kommen wir mal. Aber Leertaste drücken oder wie kommt man schneller durch? Ja, ne? Weiß nicht. Ja, Leertaste. Ups. Ups. Äh... Okay, Katalog. Ich hab 870. Was habt ihr? Okay, Schwert als Shit. Auch 870. Auch 870. Okay. Wir teilen uns das. Was ist das OP-Item? Wahrscheinlich dieser DS Pandon für 25k, ne? Ja. Aber das ist halt ein ganz neues U-Boot, ne? Ja. Damit können wir vielleicht durch Stein. High Speed, High Fuel? Ja. Ja. Sag mir, wenn du mich eingeladen hast, ne? Oh, fuck. Ähm, sorry. Ähm... Ja, gut. Einfach nächste Runde wieder. Let's go. Aber ich fand den Call von Basti extra gut, dass wir versuchen eher Tennis selber tiefer zu kommen. Ja. Als jetzt jeden Fight auf Krampf zu suchen. Aber es kommen auch ziemlich viele Dinger. Ich weiß nicht, wie oft können wir den EMP machen? Durchgängig. Aber der macht überhaupt kein Schadengefühl. Achso. Doch, der macht Instant. Der macht Ultra-Schaden. Achso. Ist der EMP das, was ich unten mache, oder? Ja, ja, ja. Du bringst halt irgendwas zum Explodieren. Ich weiß nicht, wie oft du das machen kannst. Aber... Wenn wir kurz vorm Verkacken sind, wie gerade, dann musst du das einsetzen. Nicht so bei so einem Gegner. Weißt du, wie du das aktivierst, Ritzmann? Ja, ich musste die Energie da auf Vollgas aufladen. Okay. Genau. Aber ihr müsst mir dann einfach schreien, EMP, das Ding ist nur, was ihr sehen müsst, wenn ich den mache, ne? Dann ist das so 30 Sekunden danach so Cooldown, wo ich kein Gas geben kann, keine Torpedos aktivieren. Jetzt ist alles am Arsch, quasi. Ja, aber Notfalls. Weißt du, das ist so ein Notfall-Ding. Genau. Aber nur, dass ihr wisst, nur dass ihr wisst. Ja, ja, ja. Ist Basti schon da, oder was ist immer passiert? Er hat sich kurz nen Snacky Snacky geholt. Oh, soll ich mir auch nen Snacky Snacky nehmen? Oh, soll ich mir ganz kurz ne Banane reinschaufeln in die Luke? Oh, same. In die Fressluke? Ja, ganz kurz. Kapitän holt sich eine Banane. Ja, das ist ein True Butter. Ja. Ja. Oh, die Banane ist ready. Oh, wir hatten keine Banane mehr. Oh, wir hatten keine Banane mehr. Oh. Ganz nach oben anscheinend. Bin ich ganz nach oben? Nein, nein. Ich glaube, ich mein damit. Mit Seekrank meinen die, wenn wir keine Luft mehr bekommen, müssen wir auftauchen, um Luft zu holen, oder? Nein, wir mit Seekrank sind diese Blubberblasen und die ganze Zeit kacken. Oh, wir können auch nicht auftauchen, wir können ja nicht komplett wieder nach oben fahren. Ja, dann darf man halt nicht bei diesem komischen Kackehaufen da halt machen, sondern einfach weiterfahren. Das haben wir nur bekommen, weil wir da ausgestiegen sind. Ja, wir haben nur beim Kackehaufen das bekommen, stimmt. Aber wir haben auch Trash-Items gekriegt dafür, die nichts gebracht haben. Mach ein anderes U-Boot. Oh. Die Perle? Mach mal die Perle. Das sind zwei, oder? Das sind zwei, oder? Das ist ganz geil. Mhm. Okay. Welche hatten wir immer den? Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, ich bin grad noch am Bananen essen. Ja, wir haben ja Zeit am Anfang. Ich hab taktische Banane. Oha. Hier sind aber so Nüsse drin in den Schokoharsen. Oha. Mh. 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 Deine Mom hat mir übrigens auch ein Osterpaket geschickt, gell? Na, laber. So süß, Digga doch. Weiß ich, wer mit Millionär gechockt hat? Ja, sie hat reingeschrieben, das sind nicht ganz 125 Euro und dann hat sie so eine 10er Amazon Gutscheinkarte reingemacht. Oh, mein Gott, wie süß. Ich sag mal, von dieser Eigenschaft, dass man gute Geschenke macht und sowas und da auch Spaß dran hat, von der Eigenschaft hab ich nichts abbekommen. Mir, dass man Spaß am Schenken hat. Nice. Ich hasse Sachen zu schenken, ich hasse Sachen zu bekommen. Juni, ich liebe Sachen zu verschenken, das ist so geil. Ich hasse mir da irgendwas auszudenken, ich hasse es, wenn mich jemand fragt, na, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich krieg da das Kotzen, Digga. Hä? Kennst du das nicht? Okay, wenn du zum Beispiel irgendwo bist und Cindy ist nicht da und dann bist du in, sagen wir, du bist jetzt eh in Frankfurt oder so zufällig. Und dann kommst du an so einen richtig geilen italienischen Delikatesse-Dings vorbei und dann denkst du dir, okay, jetzt bringst du mal Cindy irgendwie das Leckeres mit. Kannst du mal die Luke aufmachen für den Torpedo? Das machst du doch, oder? Okay. Ich sag mal so auf spontan. Achso. Jo. Ich dachte gerade, lass mal zu. Aber das Ding ist, sowas wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern. Ja, das ist Trash. Quatsch mal nicht hier so rum. Aber so spontan irgendwas mitbringen, das macht man immer. Jetzt war ich richtig sauer. Ja, ich will hier mit Bastille unter Fachmännern hier unten. Sorry. Die Fachmänner sind jetzt dran. Das Ding ist, ich hab das gemerkt, sobald ich das aktiviere, zockt's mir hier von diesem Orange. 3Dips, Nitzr, TV, Voodoo Wood, Kitron, Anzeige ist raus, Ice Tags, Luft Gaming, AndyCandyGiftedSub, FlashKeyNews, DirtyVans, LuigiTBS, Alter, AkazukiLP. Danke für die, danke für die Subs. Und danke für die Dodos und sowas. Danke, 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 danke. 10. Okay. Ja? Geht's los? Wir können auch erstmal ohne Torpedo spielen, aber... Geht's los, Paul? Nee, nee, die machen wir ruhig. Jo, Abfahrt. Von mir aus, okay. Abfahrt? Okay, Abfahrt, let's go. Machst du unsere Torpedos dann auch? Yes, Abend, Chef. Direkt Speed auf volle Pulle. Ja? Wir gehen tief rein. Wir gehen ganz tief rein. Uff, okay. Ansage. Richtig. Vielleicht ist es schlau, so ein bisschen rumzufahren und nicht einfach nur zu sinken, weißt du? Ja, wenn's halt manchmal dangerous aussieht, vielleicht wieder auch ein Stück nach oben, dass man lieber halt... Ja, bei einem anderen Punkt fährt, okay, okay. Es geht auch immer den Weg zurück, so. Ja, ja. So fühlt sich das an ein Zäpfchen reinzumachen, kennt ihr das? Boah, musstet ihr euch schon mal ein Zäpfchen in den Hintern schieben, als ihr krank wart? Als Kind, Papa. Als Kind, Papa. So scheiße. Haifisch? Der geht weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Wie recovern wir denn überhaupt HP? Einfach mit der Zeit? Also anscheinend, hab ich gerade gelesen, ist es... Oh, Bazzi, 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 Bazzi! Achtung! Dann verlieren wir HP, sobald wir eine Beule haben. Und wenn wir die ganz weg machen, geht aber HP wieder auf 60 zurück. Ja? Oh. Aber wir haben jetzt schon mal 40, also haben wir jetzt eine Beule? Oh. Ja, hier unten ist irgendwo Wasser bei mir. Äh, 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 ich ertrinke, ich ertrinke. Ich geh auch mal raus, guck mal. Wir haben Lacks, wir haben Lacks, wir haben Lacks. Machen mal Gas weg, mach mal Gas weg. Jawohl, Leck, aber hilf! Ich hab nen Seestern an mir dran, ich hab nen Seestern an mir kleben, ich hab nen Seestern an mir kleben! Ich bin tot! Der ist ein Seestern zu mir reingekommen. Dass du wirklich tot bist. Ja, ein Seestern hat mein Hirn ausgesaugt! Welches Gehirn, Lull? Hä? Der ist nicht satt. Der ist nicht satt. True. Nice one. Nice one, Reeds. Okay, Gas bitte. Jawohl. Über uns ist so ein Hammerheit. Äh, da hat jemand die Torbello grad verkackt. Oh, lass nicht. Und noch einer hat das gemacht. Dick, äh. Oh Bro, er schickt hier durch! Oha! Oha, die, die, die sind der, voll aggro. Ich fahr hier durch das Ding durch. Ich muss hier so ein Leck gerade, äh, ja ab. Ja, irgendwie haben wir noch mal ein Leck für die hier. Ja, ich hab's was zugemacht. Ich kehre hier oben bei uns. Obwohl, die sind Stuck, die facken jetzt. Ja, nee, egal. Idiot. Oh, er kommt wieder her. Höhle, Höhle, Höhle. Ab in die Höhle. Wollen wir rein? Ja, ab in die Höhle, immer. Okay, reparieren, heilen, bla bla bla, ne? Ja. Reparieren, wo ist das Loch? Ich weiß nicht genau. Ich hab eins beim Bett, beim Bett, oben links, oben rechts. Wo ist das Loch, Männer? Ah, ja, okay. Männer, wo ist das Loch? Ach. Ah, da. Hm. Draufhauen mit der, mit der Keule. Okay, okay. Oh, Rucksack. Seid ihr schon draußen? Ja. Pass auf, der ist richtig dangerous. Der hat mir gerade das Gehirn ausgesaugt. Warte mal, hier ist noch Wasser. Seid ihr sicher, dass alles weg ist? Wir sind noch 57, also irgendwo muss es noch eine Beule sein eigentlich. Okay, okay, okay. Mir wurde gerade in den Text geschrieben, dass es eine kleine Beule bei mir noch ist. Achso, ja, achso. No homo. Achso, eine Delle da, ne? Ja, ich hab die Delle nie weggemacht. Oha, Jungs, Crab. Crabby. Crabby Crabsen. Crabby Crabsen. Oh Gott, Crabby Crabsen macht auch nicht Damage. Ist du arm? Ich geh mal hoch. Geh auch hoch. Oh, Jungs, hier ist Carol. Oh Gott, Carol, die Gurke. Das ist ne Muschel, Bro. Carol, die Muschel. Oha, die zockt 2 HP direkt. Oha, die wird aber übelst aussmartet gerade, Bro. Oha, ich hab mega aussmartet, der Greg. Fucking idiot, dude. Learn to play, bitch. Ich hab ne Angel, warte. Oh, unten ist ein Crabby Crabsen. Oh Jungs, vorn. Oh mein Gott. Recoversen. Oh nein. Die ist wieder da. Mach von hinten Turbo-Combo. Oh, Alter, 1 HP. Verhoch, 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 verhoch. Oh, sie ist tot. Baba. Oha. 51 Gold. Ich muss kurz das Schiff zurückrecovern, Jungs. 1 HP hier. Ich hab 5. Ich hab 7. Ich soll mir generell öfter machen. Einfach so ein Backup machen. Ja, ja. Lieber öfter mal zurückgehen. Ja. Aber Race ist auch mega OP. Hier ist nichts. Das ist voll der Scam, Bro. Pass auf, wenn ihr zurückgeht, da ist ne Krabbe. Egal, egal. Wir brauchen das Money. Ich glaub, wenn wir die gekillt haben, also wenn die so auf dem Boden liegt, dann ist schon ausreichend. Okay, hier ist gar nichts. Oh. Unten. Hier ist noch ne Krabbe, die kommt, die kommt. Oh Gott. Mega Krabbe. Hat Hit. Hat Hit. Perfekt. Oha, 200. Ne. Noch eine? Haben wir insgesamt. Ja. Habt ihr auch fuel gefunden eigentlich? Ne, noch nicht, ne? Ne, noch nicht. Oh, noch ne kleine. Schön. Oha. Oha, ganz viel. Oh Gott. Jungs. Den Boss, den kacken wir. Oh. Hier oben ist nichts, okay. Pass auf. Pass auf. Geh hin, geh hin. Bleib stehen. Ah. Auf ihn weg. Schön. Schön, Jungs. Schön. Gut gekombot. Weiter. Boah, 200. 200 Cash, Digga. Oh. Warte mal, 10 Cash drauf. Okay. Oh. Warte mal, soll ich einfach mal zum Spor, äh, zum Schatz rushen? Mach mal. Ja, ich hab hier mal den Schatz. Ich will kurz hier die, äh, die Muschel. Hab den Schatz. Oh fuck, 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 ich hab zwei AP, Bro. Oha, ich hab ne, ich hab irgendwas. Oha, ich hab ne, ich hab irgendwas. Back up, alles zum Schiff, alles zum Schiff. Schiff, 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 schiff. Schiff, schiff. Ja, wir, wir haben den Schatz, oder? Wir können einfach weiterfahren. Fuck. Irgendwie war ich diese Rolle machen. Okay. Was hab ich denn da aufgehoben, Jungs? Mein Bett. Ja, Baby. Lass doch mit rein, Bruder. Gönn doch. Ich hab nen Freund. Gibt zwei Betten, by the way. Bruder. Ich hab nen Freund. Was? Heute ist doch kein Hindernis, Lull. Lass mich rein. Henke, lass mich in Ruhe. Henke. Du hast meinen Stream geset-upt, das reicht aber auch. Lass mich in Ruhe. Warum krieg ich nicht mehr Leben? Das ist mit der Zeit einfach. Ja, aber ich hab nur nen neuen Maximum. Oh geil, Lampe. Ist das einfach ne Lampe, oder ist das irgendwas anderes? Egal, ich lass die mal, warte, ich tu die mal hoch, den Eingang. Dann können wir die dann rausnehmen, dann nehmen. Habt ihr die Musik vom Game eigentlich an? Ja, ich würde eigentlich mal wieder anzumachen. Ja, aber irgendwie ist voll leise. Ich hör gar nichts. Du musst Maast auch wirklich voll machen. Ja. Okay, Jungs, geht's weiter? Ja, wir fahren weiter, oder? Ich würde sagen. Kapitän sagt Gas. Ja. Okay, ist schwierig. Okay. Mach mal Strom an, Ritzmann. Ja, jetzt, ich hör auf den Kapitän, okay? Gas. So, Gas, Stufe 2, Herr Kapitän. Dankeschön, Soldat. Mach mal Torpedos, Ritzmann. Ja, Torpedo an. Beide auf Stufe 1. Danke dir. Kann man Torpedo noch höher machen? Ich kann theoretisch auch. Ja, aber ich muss das halt verteilen. Basti, ich kümmere mich von oben oben. Den schieße ich ab. Ja. Vorsichtshalber. Ja, aber generell einfach sparsam damit ein bisschen sein. Den jetzt auch, warte nur, wenn der jetzt auch... Oh, ist ein bisschen laut. Oh Gott. Oh, der hat uns ein Loch gemacht? Ja, wir sind bei 55. Ich repariere. Chase der uns? Was? Basti! Ich muss hier runter, sorry. Ich muss switchen. Ich muss switchen. Hier ist noch ein Loch, okay. Nein. Warte. Ich schieße da hinten. Ich habe 5 Leben, warum? Ach mein Gott. Eh, 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 eh. Oh, hier ist ein Kissen. Jungs, wir haben Löcher. Wir haben Löcher. Ja. Ich kann nicht schießen. Basti, du schießt alleine gerade? Schön. Ich kümmere mich um die Löcher. Noch einer. Noch einer. Hier sind zwei Löcher. Ich kümmere mich um zwei Löcher gleichzeitig. Ich schieße, schieße. No. Hier ist noch ein Loch. Oh, ja. Das war ein guter Treffer. 53, irgendwo ist noch was. Ja, hier oben. Ich habe... Sehr gut, sehr gut. Ja, ich gehe tiefer. Oh, okay. Alle Löcher zu. Zurück an die Spots. Ja. Ich gehe mal hier rein. Wichtig ist hier irgendwas barbamäßiges. Oh Gott. Karl, ich kann dich auch mal auf eine Energie untermachen, weil wir haben gerade nicht mehr so viel Treibstoff. Oh, haben wir nicht? Warte, ich schiefe. Ich spare mal ein bisschen, ja. Oh, okay. Kevin, ich brauche den Support. Ach, fuck. Oh, schön. Bist du trotzdem... Kommst du noch voran? Ja, gut. Geht noch. Jungs, ich will heute einen neuen Tiefenrekord. Ja, machen wir. Oh, Löcher, 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 Löcher. Oh, schöner Snipe. Danke, Bruder. Wichtig. Okay. Oh, da ist ein... Voll HP. Da ist ein Scheiß. Schnell rein. Schön. Löcher, 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 Jungs. Zumann. Okay. Ich muss mir noch mal kurz hinlegen. Okay, wir haben noch irgendwo noch eine Delle oder sowas oder ein Loch. Ah, hier ist auch eine Delle. Okay, 60. Okay, wir sind ready. Boah. Jetzt wird es ernst, Jungs. Ach, es geht schon weiter hier. Ich merke das gar nicht. Was? Geht raus? Ja. Raus. Raus, Männer. Ja. Immer ein Hit und immer dann zurück. Ein Hit und zurück. Ein Hit und zurück. Oh, roll. Ein Hit und zurück. Ein Hit und zurück. Gut. Schön. So nochmal. Hit und zurück. 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 Oh, easy. Und nach oben. Nach oben. Oben tot. Nix. Weiter. Und weiter. Muschelskip. Weiter. Muschelskip. Double skip. Weiter. Double skip. Double skip. Double skip. Skelettskip. Wie kriegt ihr den Dings raus? Wie kriegt ihr aus dem Eingesicht Hilfe? Ich habe einen... Oh, Fuel hier unten. Sehr gut. Fuel mit ihm. Sehr gut. Ihr müsst mich hier retten. Oh. Und Kiste. Wir haben alles, oder? Ja, danke Jungs. Super. Wo seid ihr? Wo bist du? Du hast die Muschelskip nicht gemacht. Ich habe den Patrick Star mitgenommen. Oh, eine Zange. Ist die Zange gut? Oh, der Typ ist stark hier unten. Das BTF. Wo bist du denn? Bist du unten irgendwo? Ja, die Atzen sind bei mir schon. Achso, gut. Oh. Komm mal. Okay, da haben wir noch mal gut Cash gekriegt gerade. Und Torpedo Ammunition. Sehr nice. Sehr gut. Oh, ich bin auf 4 HP. Wir haben gelootet eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, raus. Jetzt zurück. Hier liegen auch noch ein paar Mobs. Was? Ach, ein Maid muss den Seestern aus meinem Gesicht schlagen. Ah, okay. So, einmal recovern. Ja, ist ab. Dann gehe ich ins andere Bett, aber... Kevin, du bist bewusst gemutet, oder? Gibt ein zweites Bett? Ich bin gemutet, lol. Wir haben zwei Betten? Ja. Ja, hab ich schon vorher gesehen. Ey, Jungs, hier ist so ein Kackehaufen. Schaut mal, den können wir noch weg machen. Ich habe eine Zange. Ich kann den zerquetschen. Was mache ich mit der Zange? Ah, ich kann einen Charge-Angriff machen mit der Zange. Ja, du kannst das auch mit dem normalen Ding machen. Wow. Okay, nice. Your mother. Keine Ahnung, warum ich den Rucksack habe und was der bringt. Ja, damit kannst du zwei Items halten. Oh, lol. Ja. Die Lampe ist eine Energiequelle. Mit rechts kannst du dann die Items switchen. Mit rechts kannst du dann die Items switchen. Ja, ich muss auch noch kurz das Bett bevor wir loslegen. Ja, ich geh nur noch holen. Haben wir zwei Betten, Jungs? Ja, oben rechts ist auch noch eins. Oh, guck mal. Hier, die Lampe da reingemacht. Aha, was macht's jetzt? Ich glaube, jetzt haben wir, vielleicht haben wir jetzt mehr Licht außen. Kann man mehr Punkte zuweisen bei der Steuer... Jungs? Man kann damit den Licht, kann man mehr Punkte zuweisen bei der Steuerzentrale an alle Leute. Okay, sehr gut. Boys, ich habe gerade irgendwas eingesammelt. Dadurch habe ich mehr als 10 APs. Äh, was? Er ist wie geslippt. Jungs, Jungs, ich habe was eingesammelt unterwegs gerade, dass ich mehr als 10 AP habe. Omega. Warum meldest du dich? Ich habe mich gerade gemeldet. Was? Hast du dich gemeldet? Jungs, wir brauchen Gas. Ja, sind alle an ihrer Station? Ja. Alle an der Station? Okay, Herr Kapitän. Gas ist an. Torpedo 1 ist an. Torpedo 2 ist an. Torpedo 2 ist an. Ähm, alles sieht gut aus. Äh, Achtung. Spitzer Fisch. Weißt du, der kommt nochmal? Oh. Habe ihn weggesprengt. Schön. Ja, ist auf Stufe 2. Noch ein Spitzer Fisch. Oh, wir haben ein Leck. Vielleicht findet er uns nicht mehr gleich. Oh, Jungs. Basti, schießt ihn ab. Ich gehe nach rechts. Oh, er kommt nicht, oder? Er kommt nicht. Nee, scheiße. Basti, da ist das schon. Okay, ich mach. Irgendwo ist ein Leck noch? Äh, bei mir nicht. Oh, Jungs. Nice. Schön, schön, schön. Ich komme. Müssen wir diese Pflanze weg machen? Nee, nee, nee. Alles ready schon. Oh, Achtung. Eifischchen. Aber wir gehen nicht zu denen. Oh, fuck, fuck. Ich spreng den direkt hoch, ja? Falls er nochmal kommt. Sehr schön. Oder so, schön Basti. Hending. Meinst du, der da oben kommt? Alles voll mit denen. Leck. Okay, die wurden aber hochgesprengt. Oh, das war einer. Jungs, nicht so dieses... Oh, Zeus-Tempel. Zeus-Tempel. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der Tempel von Zeus. Wir gehen rein. Okay, ganz kurz. Ist alles repariert? Ja, ne? Ja, ab in den Tempel von Zeus. Oh, mein Gott. Oha, oha. Warte, 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 warte. Jungs, die sind krass, die sind krass. Das ist so ein Elite-Mob. Safe. Ein Hit und dann weg. Ich hab mehr HP als ihr. Ein HP, ein Hit und weg. Es gibt doch nicht so an, Digga. Ein Hit und weg. Ihr angibt. Ein Hit und weg. Die machen Double. Oh, ich hab zwei HP. Ich hab zwei HP. Hu hu hui. Da noch mal rein. Oh Jungs, da sind noch zwei mehr. Oh Gott. Rein, zurück, zurück. Rein, rein, rein. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Ich geh ins Bett. Ich geh ins Bett. Die sehen mich nicht. Jungs, die machen unsere Wand kaputt. Die sind oben. Ja, wir müssen... Die kommen runter jetzt. Äh, hallo. Entschuldigung. Ich bin eine Frau. Alles klar. Wir Champ. Insells. Ach, die sind nicht... Die sind freundlich. Sind sie? Äh, eher... Es geht so. Es geht so. Ich glaube, ihr müsst die nicht fighten. Die sind friendly, Digga. Die arbeiten einfach für uns. Ach so. Also, das sieht grad so ziemlich aus, als wollten die mir schon einen Kragen hier. Warte. Ja, vielleicht ist das so wie Enderman, äh, Pikman. Ey, die machen... Die wollen uns den Job wegnehmen. Schau mal, der war grad bei Dominik da im Raum. Wie kann ich, äh, euch zugucken? Die wollen uns die Jobs wegnehmen. Was ist das denn? Oh, halt. Jungs, passt auf. Lebt nur noch Rhys mit mir. Oh, Mokka, ist einer Kopf. Ich bin tot. Okay, passt auf. Geh hier rein. Und immer einen Hit geben und zurück. So, wie wir es gelernt haben. Okay. Okay. Aber, okay. Warte mal, hat die irgendjemand angegriffen von euch? Hat die jemand angegriffen? Oh! Äh, ja, ja. Ja, ich glaub, die sind nämlich freundlich. Ja, man, Bro, ist auch jetzt grad schon vor einer halben Stunde erst gestellt. Oh, die hat die Tür hops genommen? Ja, aber das war doch dasselbe mit den Scheiß-Robben. Wer greifen die denn immer an? Welcher Vollidiot. Ja, echt mal. Basti war das, oder? Basti, Junge. Alter. Basti. Basti, alles Gute. Es ist dein Geburtsnach. Wir haben uns nicht. Rett uns. Bayern ganzen Tag. Wir wissen, dass du auch gewartet. Ach, Kevin greift immer an. Oh mein Gott. Junge, hier sind so... Habt ihr das gesehen, die Items? Nee, ich hab nichts gesehen. Ich bleib Karl. Boah, fast beim ersten Strich, Jungs. Fast beim ersten Strich, Alter. Komm, nächste Run ist es. Hätten wir nicht die Dinger angegriffen? Also in den Zeus-Tempel gehen wir nicht nochmal. Natürlich, aber nur nicht angreifen, weil wir können mit ihnen reden und traden. Level up. Level up. Boah. Boah. Oha. Oha. Alter, jetzt ist aber was los hier. Jetzt ist hier was richtiges. Jetzt ist hier richtig sachenkraftig. Alter, jetzt geht die Party ab vorne. Hoffentlich was geiles. Okay. Ja, da unten... Da war for real unten ein Shop, ne? Bei den Viechern. Neue Sachen im Katalog. Oh. Ich hab 1500. Six Shooter. Oh, ich hab auch 1500 jetzt. Ich könnt mir nen Sword holen. Oh. Six Shooter. Eine Waffe. Oha. The fastest gun in the west. It may not be powerful. But it's sure it quick shooting. With six hole rounds. Braucht man dafür Munition? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke, die kriegst du automatisch. Oha, darauf sollten wir sparen. Ja, dann lass darauf sparen. Nö. Lass darauf sparen. Okay, lad rein. Komm. Direkt rein hier. Direkt rein. Keine Müdigkeit. Realtalk, es macht ein bisschen süchtig schon, muss ich sagen. Äh, ja. Darf ich rein? Mach schon ein bisschen süchtig irgendwie. Es ist gut, es ist gut. Es ist ein gutes Game. Safe. Okay, warte, es kommt gleich. Basti hat nen Invite, Karl hat nen Invite. Ja, also jetzt mal ganz kurz zur Info. Also die Leute, ich hab jetzt als letztes Jahr noch geredet und ich hab's ja gesehen. Unten bei diesen Dingern, wo wir gerade waren, die haben nen Shop. Und da kannst du Items kaufen. Wo? Was meinst du? Diese friendly guys? Ja, wenn du die nicht, dann konntest du Sachen kaufen. Okay. Okay. Was? Ich sieh wieder irgendwas ins Maul, Alter. Ey, Jungs, ist Steam irgendwie da unten? Bei mir kommt Riding Hostarder zu Steam Lobby und dann kommt... Getting Hostarder from Steam Lobby, Punkt, Punkt, Punkt. Oh, warte, jetzt kommt was? Nee, jetzt wartet was. Failed to Lo... Failed. Mhhh... Okay, der Vorhang macht wilde Sachen bei mir. Oh, warte mal, ich mach nochmal. Der Vorhang spart grad ein bisschen bei mir rum. Ja. Ja, ich bin auch raus aus der Lobby. Lobby ist RIP. Du musst mich nochmal einladen, irgendwie. Ja, alles gut. Der Vorhang ist einfach zu bei mir, weil das Game will nämlich nicht. Ähm, ich weiß nicht so ganz. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Okay, Rezmann, Basti und Spielkopf. Ja, das bin ich. Oh, Mann, Alter. Ähm, bin ich bei euch in der Runde? Ähm, mein Vorhang ist immer noch zu. Meine auch. Ich hab den Vorhang-Bug wieder. Kann man neu starten, glaub ich, muss man. Ich darf auch noch. Also, ich muss davor neu starten. Der Vorhang-Bug. Bekannt. Okay. Okay, ich lade nochmal ein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, grade. Ja. Gerade ist bei mir gar nicht mehr online. Äh, ja, warte, ich komm gleich. Sehr. Okay. Jetzt. Ähm. Ich komm mal. Hey. Du musst noch mal einladen, bitte. Warte mal, bitte. Du musst noch mal einladen, auch bei mir. Mich hat's irgendwie... Er ist so unmuted. Ja. Ach, er ist muted? Ah, perfekt, oder? Kann man ihm nachträumen? Nee, jetzt hat er halt ausgemacht. Wie beiträgen. Kann sie ihm nachträumen? Ja, doch. Mal kein nachträumen, ja. Soll ich nochmal rein? Ich geh nochmal ganz fix pissen, bevor wir hier wieder los starten. Mach das. Hier, wir starten aber schon. Ja. Also ohne loszufahren halt bei mir. Okay. Okay, jetzt fehlt nur noch Basti und dann kann's losgehen. Äh, Namatras, danke für den Sat. Was hast du denn heute so gemacht? Erzähl mal einen Schlag aus der Jugend. Erzähl mal, Bro. Ich hatte... Also, ich habe heute zwei Aufnahmen mitgemacht. Musste ein paar Sachen besprechen bezüglich einem Video. Musste noch etwas anderes für das neue Badline Cape besprechen. Dann war ich heute noch bei meinen Eltern, weil ich noch Unterlagen abholen musste, weil ich morgen zum Steuerberater fahre. Und das war mehr oder weniger. Was war das letzte? Was war mit Steuerberater? Ich musste noch ein paar Sachen vorbereiten, weil ich morgen zum Steuerberater muss. Und das war mein Tag. Ja. Ich habe ein kleines Problem, Jungs. Was denn? Ich habe kein Ranch. Du hast kein Ranch ausgewählt. Anscheinend. Ihr habt beide kein Ranch ausgewählt. Egal, Scheiße. Oder sollen wir nochmal neu machen? Müssen wir nochmal neu starten. Ja, nochmal neu machen. Komm, let's go. Raus. Was war los? Zwei Leute hatten keine Ranch. Ja. Achso. Okay. Basti, alles gut. Ich habe heute tausend Autogrammkarten unterschrieben. Ah, wild. Same. Für dich selber? Mhm. Die hängen nicht mehr an die Wand hin. Ich hoffe, dass die mehr wert werden. Und dann vercheck ich die. Ah, klappt ja nicht. Same. Aber Autogrammkarten sind so am Anfang. Focken die richtig. Man gibt sich noch so Mühe, ne? Und man macht dann noch so kleine Extras drauf. Kennst du das? Ja, man macht am Anfang, dann denkt man sich so, hey, ich mache noch so ein Smiley oder so ein Herz drauf. Genau. Und irgendwann rotst du einfach so. Und irgendwann denkst du einfach nur so, Karl, Karl, Karl. Die ganze Zeit. Und du hast so eine Motion, weißt du? Ja. Das fühlt sich an wie so ein Roboter. Und nebenbei guckst du noch irgendeine Netflix-Kacke. Und irgendwie, und irgendwann denkst du dir so, boah, Alter, ich habe so keinen Bock auf die Scheiß, aber ich muss noch 500 machen. Ja. Kann auch jeder im Chat relaten dazu, ne? Aber ich... Karl, Karl. Ja, wirklich. Vor allem, weißt du, ich habe... Jürgen, ich musste 5000 da schreiben. Oha, für was? Für, für Evolve. Oha. Bro, ich habe... Warte mal, Retzmann, ich hätte dich eingeladen. Achso, Retzmann ist Musik gerade. Wir kennen es eins in den Chat. Immer, oder? Furchtbar an dem Job. Das Schlimmste. Bro, jetzt... Weißt du, so... In dem Moment denk ich mir so, boah, Bro, hättest du einfach fucking Ausbildung gemacht zum Handwerk oder so. Ja, wärst du jetzt irgendwie Schreiner oder Feuerwehrmann oder so. Richtig viel chilliger direkt. Eigentlich, wenn ich... Wir sind schon abend dran, wenn man mal so überlegt. Ja. Das ist schon echt ein schwerer Job, ja. Ja. Ich habe meine Autogrammkarten mal selber gemacht immer. Ich bin bei so Drogeriemärkten an diesen Fotokopierdinger rangegangen. Habe davon immer so halt hunderte ausgedrucken lassen. Okay. Wann denn? Auf der Gamescom oder was? Nö. Also... Für Merch. Du hast doch für Merch das rausgegangen, oder? Für so Tassen, glaube ich. Ja. Warum habe ich eigentlich keine bekommen? Warum habe ich keine bekommen, Basti? Wir sind doch schon seit drei Jahren... Ich wollte übrigens so eine weiße Kompetenz... Also so eine weiß-schwarze Kompetenztasse haben. Die habe ich bis heute nicht erhalten. Was ist da los? Du hast doch die Weihnachtstasse. Ja, aber ich will doch diese Kompetenz haben. Ja, kannst du haben. Juhu. Äh, Basti. Ich auch, hallo. Meine Tassen, die so zwei Jahre später ankamen. Äh, Reds, du musst noch rein-drollen, Bro. Ja, ich muss das Game wieder neu starten. Hm, der Vorhang backt, oder was? Ja, da stand die ganze Zeit Steam Lobby Created und dann geht es nicht weiter. Ich habe jetzt... Boah, das war ein guter. Das war ein good one. Ähm, ich habe die Musik jetzt ausgemacht in-game. Okay. Ich mache jetzt meine eigene Pirates of the Caribbean Playlist. Junge, jetzt geht es doch richtig so. Warte mal einen, Kevin, bitte. Ja. Rate mal. Imagine. Oh, Simplex. Danke für den. Sub. Ähm, warte ich kann nicht. Und Jolina. Abi, wir haben gleichzeitig gerülpt. Goals. Das ist ja mega krass. Alles entspannt, Bro. Alles entspannt, alles auf entspannte Basis. Ich glaube, diesmal klappt es. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Komm. Rein, rein, rein. Und, äh, Dings auswählen. Ja. Items. Basti, alles Gute. Es ist dein Geburtstag. Feier den ganzen Tag. Ich weiß, wie du hast doch gewartet. Ich liebe das Lied, ne? Geht's das auf Spotify? Äh, auswählen, ne? Ja, Mann. Ok. Okay. Ich geh ins Steuer. Okay. Wie sieht's aus? Kann man schon Power geben? Ja. Los, Gas. Okay, also Gas auf 1. Gas auf 1. Wir fahren. Torpedo 1 ist an. Dankeschön. Torpedo 2 ist an. Sehr gut, danke. Männer, ich will heute alles sehen. Alle. Alle müssen heute kämpfen, damit wir ganz nach unten kommen. Wie sieht's aus? Wir gehen ganz nach unten heute. Pre-Fire. Ist das unendlich, das Ding? Glaube ja. Oh ja, eigentlich ist Pre-Fire mit dem Smart Basis, oder? Oder feiert das Ding ab? Das ist mega schlau. Das hab ich auch in einem Speedrun gesehen. Oder einfach brauchen wir Strom? Ne, ne. Achso, wollen wir mal die Speedrun-Taktik machen? Dass wir jetzt das Game einfach Speedrun? 100% Speedrun? Ja. Ja, ok, gut. Ich denke, gut. Warte, ich mach, äh, ich mach diesen Backwards-Jump. Juhu! Das ist super smart, was wir machen. Ja, normal. Ich mach weiter links, mach du weiter rechts. Die ganzen Ozean verpässt mit Blei. Mega. Der ist eh dreckig. Scheiß auf Umwelt. Real Talk. Gibt's irgendwen, der sich für die Umwelt einsetzt? Oh, Blase. Oh, Blubberblase schnell. Oh, sehr gut. Oh, Heifisch, 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 Heifisch. Bam, bam. Boah. Oh, das war mega schräg. Pre-Fire-Peter. Bo acabou. Vielleicht mal kann ich die Torpedo noch so upgraden wie bei Sea of Thieves. So, dass... dass er stärker schießt. Hier nationalen Ferguson. Ja. Oh. Leck. Wir haben Leck. étais-Wir haben Leck. Stockberg, zwei. Was hier oben? Stockberg, zwei. Schöööön. Wird repariert. Leck wird repariert. Ble significa lou parlar. Wварteiasich, weil ich kein Hand immer frei haben? Ich mach immer nur, anstelle vom Klatschen an den Klopper, okay? Okay. Den was? Den Klopper. I time to like klatschen, weil wir ja Leers first getrückt halten müssen. Achso, mein Razer Shark X Mauspad dämpft den Schall ab von meinem Klopfen mit dem neuen, mit der neuen Gummierung und dem... Hashtag-Sponsor. Oh, der stuck, der stuck. Oh. Ich kann nicht klopfen auf meinem Tisch. Bro, wir fahren ja komplett drüber gerade. Oh, Basti. Basti, schnell. Basti, boom. Alter, oha. Oh Gott, wir haben leck. Einmal reingebissen, wir haben leck. Einmal lecker reingebissen. Unten noch, unten noch Basti. Noch einer. Hier im Maschinenraum. Noch eine Forelle. Leck geschlossen. Neues Leck. Ich glaube, ich glaube, es ist eine Forelle. Ein Lachs. Ja, oder Katzenfisch. Ich glaube, Katzenfisch. Wo ist das Leck? Nee, Katzenhai. Ey, Steuermann bei dir oben. Mach mal fertig. Wir haben irgendwo noch ein Leck vorne. Ja, aber der Kapitän ist eins. Ich schieße gerade nicht. Ja, ich mache das mit dem Kapitän. Beim Kapitän ist ein Leck, bitte. Meine Klamotten sind nass. Ihr könnt euch mein T-Shirt gucken. Wer ist denn hier? Karl? Achso, zu. Und ich werde rot. Ja, ich werde rot. Warte mal, ich mache die Beule bei dir noch weg. Okay, mach mal. Ich bin auf schnell. Irgendwas leckt hier gerade? Ja. Da Karl. Karl. Ist doch mega lösisch. Achso, sorry. Ich habe eine 6.000er Leitung, okay? Okay, wieder da Flex. Alter, unser Fuel ist so. Wir sind gerade so auf Sparmodus. Sehr geil. Ja, ja, weil ich gebe kein Turbo-Power. Ich kann mit der Tasse Turbo-Power geben. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Was, die sind echt viele Haie? Ja, einfach. Ich würde sagen, wir bleiben auf dem Torpedo. Wir bleiben auf der gechillten Speed hier. Okay, warte. Leck, zwei Stück. Einzel Maschinenraum wird geschlossen. Sorry, ich habe ein bisschen gechossen. Alles gut. Ich habe bei mir auch eins. Kannst du es machen, oder? Ja, ich mache es. Ich mache es mir. Achtung. Ich habe noch kein Torpedo geschossen. Hai vorne. Oh, was hier? Das sind zwei. Oh, drei. Oh, drei. Einen habe ich zerfletscht. Bei Lecks. Warte, ich mache Torpedo. Ich auch. Okay. Bum. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Double Kill. Schön. Schön, Digga. Schön. Good fucking job, Bro. Danke, Bro. Nice. Okay, wir gehen tiefer. Ist es wieder repariert? Ich habe für real 8k Paperheads. Oh, warte. Ich muss ganz kurz Turbo Power machen. So, jetzt. Kevin, habe ich eigentlich die 30.000 Subwette gewonnen? Kriege ich noch 30.000 Euro? Nee. Leck irgendwo. Oh, ja. Warte. EMP, EMP wäre langsam. Oder? Warte. Ich kann nicht. Ich muss Lecks schließen. Egal, egal, egal. Du musst auch Lecks schließen. Hilfe bei Lecks schließen. Alle von den Stationen weg. Wir müssen 2. Okay. Mein Leck ist geschlossen. Ich habe, ich habe im Dingsraum. Hier sind Meere. Schön. So, wir haben wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Lecks. Ich gas weg. Ich gebe absolut Vollgas. Ich mache noch mal Neues wieder. Achtung, Scheiße, Digga. Ja, ja, aber ihr habt das. Ihr habt das. Im Bett unten. Basti, ich muss Hilfe. Nein, ich muss zukloppen. Zwei EMP machen. Okay, wir haben nochmal vielleicht ein bisschen Damage bekommen. Ich weiß nicht, ob wir machen uns mit den Torpedos selber Damage. Nee, machen wir nicht. Ah, okay. 4.1, nee. Irgendwo ist noch ein Loch. Oh, sehr schön. Ich habe hier da wieder aussehen genommen. Ich carry das Ding hier gerade, Basti. Alles cool. Lass dir Zeit. Ja, ich habe alles gemacht jetzt am Ende. Ich bin jetzt wieder da. Lass wieder Prefire. Okay, Prefire. Prefire Peter. Prefire Modus. Irgendwo ist noch ein Loch, Jungs. Das sind nur 55. Irgendwo muss noch ein Lecker sein, ja. Ja, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Sehr schön. Bild mal kurz, bis wir es alles haben. Okay, Modus wieder ganz. Basti, das ist so smart, was wir machen. Ich schwöre. Na mal halt, Bruder. Wir sind so intelligent, Alter. Okay. What an oath. True. Brauchst du mehr Speed eigentlich? Wie sieht es aus? Ähm, langsam würde ich mehr auf Speed gehen tatsächlich, ja. Okay. Zwei Speed hast du. Achso, ich kann ja gar nicht sagen. Zwei Speed. Ich will jetzt die Hände sein. Soll ich nochmal meinen Megafon anmachen oder ist das wirklich Ohrenklebs? Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Höhle gefunden, Höhle gefunden, Höhle gefunden. Thomas, rein da. Rein in die Höhle. Schön. Oh, rein in meine Höhle, bitte. Danke. Ist alles repariert, ja? Ja, alles repariert. Okay, nicht direkt angreifen, Jungs. Vielleicht sind das Liebe. Ah, ne. Das sind Rotztypen. Warte, wir können einfach, ich gehe einfach durch, ich hole den Schatz. Ja, aber die Jungs bringen ja auch Cash, das sollten wir mitnehmen, oder? Ja, aber ich gucke, ich erkunde das. Ja, aber wir können ja diese Kanone freischalten. Ich erkunde das. Wenn man einfach durchrollt. Oh, 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 ich habe ein Seestände in meinem Gesicht. Ich muss den drauf. Komm zu uns. Ich komme zu euch. Ja, hier, schlag mich. Danke. Schlag mich, Daddy. Oh Gott, hier nur noch 5. Oh, hier ist auch noch ein Schatz. Wenn ich länger linksklicke, nochmal, Drop von oben. Wenn ich länger linksklicke drückt, könnte ich halt mehr Power. Ja, machen wir mehr Schaden, perfekt. Ach so. Oh, da. Das ist der Aufladeschuss. Hier, bei mir nochmal Action. Sind du sicher, dass das mehr Damage macht? Ja, auf jeden Fall. Guck dir das an. Zack. Boah, der ist ja voll weggeschreitert. Oben dicker Schatz. Oben dicker Schatz, Muschi weg. Oh mein Gott, dick Cash. Oh Gott, ich habe nur noch 3. Cash Money Heroes. Noch 4. Komm her, du Pussy. Oh, die Perle ist gedroppt. Die Perle ist gedroppt. Boah, 177. Bro, der ist auf K, Alter. Holy shit. Wir haben alle, oder? All right, der ist auf K. Alle regenerieren und dann wieder weiter. Oha. Jungs, ich habe Torpedos gefunden. Sehr gut. Wir gehen jetzt auf Tiefe, Jungs. Jetzt nur noch auf Tiefe. Jetzt auf Tiefe. Jetzt nicht greedy werden. Nicht greedy werden. Wir sind normale Seeleute, Jungs. Ich bin, ich gehe als erstes ins Bett. Ich gehe ins Bett. Wir haben zwei Betten. Oben rechts gehe ich. Pisse, ich gehe zu. Raus aus meinem Bett. Ich hasse Frauen. Bro, was? Kevin, ich bin Cindy. Hallo. Kevin, darf ich mit ins Bett, bitte? Ich sehe echt ein bisschen so aus wie Cindy. Also ich sehe mehr aus wie Cindy, als du aussiehst wie Kevin in Game. Ich finde, dass Basti aussieht wie er in real life. Ja, so ein bisschen, ne? Mit dem A-Fo und so. Da hat sie gut reingerollt. Basti slidet da einfach durch, Digga. Gehen wir aus dem Bett raus. Danke. Ja, entspann dich. Komm her. Cindy braucht ihren Schönheitsschlaf, Smile. Alright, Jungs, jetzt geht es weiter, jetzt Konzentration ist hier. Ja, warte, 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 warte. Jetzt geht, ja, das ist hier kein Spaß mehr. Kapitän bereit? Äh, Kapitän schläft noch. Kapitän ist bereit. Vordere, vordere Kanone bereit. Ja, hintere Kanone ist auch bereit. Okay, Schub auf eins. Kanone eins ist da. Kanone zwei ist am Start. Wunderbar. Und Prefire aktivieren. Ja, Kapitän fährt. Basti, drauf da. Wir brauchen ein Torpedo, Basti. Oh, 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 Poseidons, Poseidons. Nicht zwei Lacks, zwei Lacks, zwei Lacks. Angreifen, nicht angreifen. Mach die Lacks zu. Erstmal Lacks. Alles Lacks. Lacks zu. Lacks zu. Alle Lacks sind zu. Nicht angreifen, egal was ihr macht. Der wird hier gekippt. Wir verhandeln. Auch nicht, außer den Linkslick drücken. Wir verhandeln. Hallo. Hallo. Hallo, wir kommen in Frieden. Oh, oh, Jungs, hier ist Schub. Wir kommen in Frieden, Männer. Jungs, Jungs, ganz kurz. Wie viel Gold habt ihr? 59. Wir haben alle gleich. Wir können hier aber alle reinpacken. Ich glaube, das Gold, was du sehen, ist von allen. Was ist das in Schubgarn? Warte mal, wie kriege ich mein Geld jetzt zurück? Ich habe das jetzt geused. Wie? Für was? Für das hier. Wir können alle zusammenlegen. Können wir zusammenlegen? Ich habe kein Geld mehr. Digga, safe können wir nicht zusammenlegen. Lass mal zusammenlegen. Doch, können wir Realtop mit E gedrückt halten. Ciao. Ja, gut. Lass mal E gedrückt halten und dann holen wir uns den Schub. Wir haben nicht genug, wir haben nicht genug, Jungs. Ja klar, jeder hat 400. Aber wir haben nicht genug. Nein. Das kostet doch 1,5, oder? Pack mal rein. Jetzt kostet nur noch eins. Jetzt hast du fünf von den Dingern. Hinten wir hier noch irgendwo Geld? Moin, Jungs, hab ich noch ein bisschen Kohle? Wieso? Ich habe viel. Okay, sorry, Basti. Nach dem Nvidia-Placement. Ja, uns fehlen nur noch vier so Striche hier. Ja, aber lass mich mal ran, lass mich mal ran. Jetzt komm mal hin. Oh. Hier drückt halten, Bro. Hier drückt halten. Nein! Noch einer. Wie viel fehlt? Hat noch irgendjemand Geld? Nein, 160, Digger. Ach komm, Bruder, gönn mal. Mach mal Ehrenpreis, Alter, bitte. Habibi? Bruder, ich habe nur vier Euro für Schäden. Ey, Junge, warte mal. Warte mal, wo kriegen wir Cash? Wo kriegen wir Cash? Wenn wir Viecher abschießen draußen? Ja, aus den Dungeons halt, ne? Ey, wir merken uns einfach und kommen hier einfach später wieder. Das ist echt bitter. Ist halt jetzt ein bisschen mies, dass wir das Geld gejustert haben. Oder vielleicht ist hier oben noch irgendwie ein Schatz. Oh, hier ist der Thron, hier ist der König. Wenn wir den töten. Warte, vielleicht kann ich die Prinzessin von denen heiraten und dann... Weißt du, für unser Schiff, so. Ja, lass dich einfach nochmal später. Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf die Tiefen, wenn wir wieder Cash haben, gehen wir wieder zurück. Meint ihr, wenn wir jetzt nochmal so ein Tempel finden, dass dann derselbe Preis da ist? Wie ist das, was ich meine? Ich weiß, was ich meine. Ach, mit dem Code GAG sparen wir 5% Jungs. Als ob! Als. Mit dem Code, äh, 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 Papa, nee, Papa15 spart man bei Ankerkraut 50% als ob. True, holy shit. Sind alle auf die Station? Ja, bereit, Border to Front. Also, ab geht's. Okay, äh, jetzt suchen wir ganz schnell, wir suchen jetzt ganz schnell hier so ein Dungeon. Bäm, bäm. Da kommt so ein Seestellen an, das hier oben. Oh, oh. Oh, der ist an einem, in einem Gesicht. Der ist in einem Gesicht von jemandem, Achtung. New Depth Record. Jawoll. Nice. Wir haben zwei Legs. Bitte konzentrieren. Ich gucke, ob ich Legs finde. Oben ist nichts. Anni, hier unten bei uns im Flur ist Anzeichen. Oh, hier oben rechts ist was, ich mach das hier oben rechts. Oh, hier bei mir Seestellen, hallo, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich glaube, ich rette dich. Seestellen, backhand. Ich schlag mich, Daddy. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Noch, irgendwo ist noch eine Beule. Okay, perfekt. Ja, alles perfekt, Bruder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oha. Die Quadraquatken. Okay, passt auf, passt auf. Raus, raus. Konstantion. Einfach nicht berühren. Was ist das für ein Pickel? Nicht berühren. Soll ich dir weniger Speed geben? Nein. Okay. Ich fahr hier so, ich fahr hier so. Schön. Nicht den Pickel berühren. Nicht den Pickel berühren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist der Chef. Oh, 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 oh. Schießen, Torpedo, Torpedo. Torpedo hat nichts über. Torpedo. Du musst dein Gesicht treffen, sein Schnabel da. Okay, pass auf. Achtung, er fängt uns gleich, er fängt uns gleich. Oh, 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 oh. Wir haben Lecks. Wir haben Lecks, wir haben große Lecks, große Lecks, große Lecks. Hoch. Hoch. Hoch, ich kann nicht hoch, ich kann nicht hoch. Mit der neuen 2.70 Supra von Envy, der ist hier drin. Der ist hier drin? Ich fahr wieder raus, ich fahr wieder raus, ich fahr wieder raus, Jungs. Wir haben Lecks. Alle außer Karl müssen, müssen reprägen. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Wir haben auch diese drei Autos hier drin. Ja, weil wir sind das Untergehen, du Käger. Krake mit Schnabel. Krake mit Schnabel war bei mir, Leute. Soll ich EMP machen? Ja. Ja, EMP. Mach EMP. EMP geused, EMP geused. Nice, aber hier drin sind immer noch Viecher. Ja, ich kann meins killen, ich kann meins killen. Ich kann meins auch killen, dann rett sich Karl. Jungs, ihr macht das, für mich. Ich hab drei HP, ich bräuchte eventuell Hilfe hier unten. Basti, jetzt bring jetzt hier keinen hin, okay? Vielleicht ist das Volk, Läger. Ah, ich brauche mich nicht. Jungs, Spieltok, wir laufen voll mit Wasser. Nein, Basti, retz mal, retz mal, retz mal, gönn mal. Basti, hier unten. Basti, hier unten, hallo. Basti. Basti, retz doch mal, hallo, bist du dumm? Basti? Digga, was willst du denn? Rettz mich. Rettz mich, ich lieg doch hier safe. Oh mein Gott, wo liegst du denn safe? Hier, ich lieg vor dir, Bro. Was muss ich drücken? Ehe unten, einfach crouchen, crouchen. Ich krieg keine Luft, ich krieg keine Luft. Basti, ich bin in der Wasserhüte. Bin da. Basti. Du musst mich jetzt aber retzen. Komm, drauf, 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 drauf. Rettz. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Ich retz den Kollegen hier. Das bin ich, das bin ich. Das bin ich. Okay, wir müssen die Legs fixen. Die Legs fixen, Jungs, hallo, hallo, die Legs. Ihr müsst uns immer reviven, dann haben wir mal wieder neue Hüte. Ich revive, ich revive, ich revive ihn. Okay, dann werden wir uns gegenseitig reviven, easy. Ich revive ihn, ach so, aber ich kann die Läden. Ich bin wieder gestorben. Oh Gott, ich bin so krank. Jungs, ihr dürft nicht alle retzen. Einer muss weitergehen. Ich kill einfach, ich klopp einfach auf. Oh ja, schön, 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 das Wasser ist weg. Das Wasser ist weg. Erh, geh mal schnell auf, geh mal schnell auf. Jungs, ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Wir haben noch eine Krake oben links und unten links. Alles cool, das haben wir. Schön. Wer ist er denn da unten? Ich weiß nicht, wie wir das Wasser losgeworden sind, Freunde, aber good shop. Wir haben noch Kraken an Bord. Ja, und unten sind nochmal, die haben keine Tickets gezahlt. Hier sind Algen. Digga, als ob wir das jetzt gerade gerockt haben. Also Digga, ich dachte schon, das ist weg. Und wir haben wieder Seekrankheit. Oh, warte, du kannst, du kannst hier. Unten, unten, unten sind noch zwei Dicke Karten. Weil ich meine, die Seekroben kurz weg. Unten links, unten links. Unten links. Ja, komme. Oh, Bro, danke Buddy, danke, du bist einschweren. Komm, gib ihm ein Combo. Schön. Hier bist du safe auf der S- Hier ist auch noch ein Leck. Ja, das Leck mal zu, das ist unser letztes. Baba. Ey, wir haben Geld bekommen, wir haben Geld bekommen. Mint. Oh, wenn wir Geld haben, dann zurück direkt, oder? Ja, nein, nein, warte, erst mal alle vollrecken und erst mal alles double checken, ob alles safe ist. Ja, ich habe Seasignus bekommen. Ich auch. Wenn wir zu lange hinter Wasser waren, ne? Ja, vermute. Ich gehe mal ins Steuerbord. Oh, guck mal, wo wir hier gelandet sind. Ich sehe das Geld nicht, das wird auch nicht angezeigt. Wir haben aber Geld bekommen. Ab nach oben, Jungs. Ab nach oben. Wo siehst du denn das Geld? Wo siehst du das Geld? Ich habe unten rechts auf jeden Fall Geld bekommen gerade. Okay, Jungs, Gas. Moment. Jungs, auf zurück zu den Familien. Ich würde kurz Volllife machen, Bro. Kannst du mich kurz reinlassen? Homie? Ich habe Seekrankheit, ich höre nichts. Oben rechts ist auch ein Bett, übrigens. Wie kann man so ein... Ich muss auch Volllife machen. Ich chill jetzt zum Spaß, oder was? Der Kapitän sagt Gas. Ach, noll. Jungs, weil wir revived wurden, können wir nicht mal auf 10, sondern nur auf 9. Das Volllife singt einfach. Der Kapitän möchte Gas, bitte. So, Kapitän kriegt jetzt... Ach, wait, ich bin voll, warum habe ich denn nur 8? Der Kapitän möchte immer noch Gas. Ach, verliert man immer einen pro... Der Kapitän, es gibt ein Problem mit dem Gas. Wir sind in irgendeinem Endboss gefangen. Ne, wir sind stuck in... Ähm, wir können nicht vor oder zurück. Was ist hier los? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Wieso? I don't know, da war gerade Anzeige backt. Okay, wir haben jetzt wieder Strom. Kapitän hat 1 Gas, Torpedo 1 ist an. Auf geht's. Turbine 1. Okay, Baba. Torpedo 2 ist an. Wir fahren wieder hoch und holen uns die Shotgun. Äh, komm mal hier nicht hoch. Der Mike ist fucking 8 grad, Dude. Mein Mike? Ja. Warum? Weil ich habe irgend so einen Frosch-Relief, Bro. Es knuspert so immer. Ich würde einfach nicht schießen gerade, nicht schießen. Warum? Weil wir jetzt einfach nach oben wollen. Wir können nicht nach oben. Ist mein Mike echt 8 auf einmal? Ja, aber es passiert öfters mal eigentlich. Das liegt am TeamSpeak-Ding. Okay. Glaube ich. Also im Stream ist das überhaupt nicht 8. Fuck, wir können nicht hoch. Gut, Digga, dann scheiß drauf, dann weiter runter. Im Stream ist das komplett normal, ja. Dann runter, dann runter. Runter? Wir haben oben... Okay. Ich schieße nicht... Doch, doch, doch. Du schiehst die Blasen an. Du schiehst die doch nur auf, dann. Ja, aber ich lasse frei. Die Krapis. Okay. Habt ihr bei euch oben auch noch dieses... Das ist wichtig, dass wir die Krapis haben. Ja, das ist ja hier unten. Das ist ja hier unten. Ah, das ist ein Schäfer. Okay, alles klar. Okay. Wir haben ein Loch. Schieß mal auf den drauf. Oh, wir haben die Krake an Bord. Krake an Bord. Krake an Bord. Krake an Bord. Ich schieße auf die Krake hier unten. Ja, aber immer aufs Gesicht. Ja. Jetzt, was sie rauf? Oh, der einer ist dazwischen. Der ist dazwischen gegangen. Soll ich weiter nach unten? Ja, ne? Krake an Bord, Jungs. Ja, ich kill. Krake. Wollen wir die kurz killen? Ja, unten unten bei mir. Ich hab die aber dann bei mir hier. Okay. Wir haben trotzdem noch irgendwo Lacks. Doppelkrake bei mir. Die Karte kassiert aber, Basti. Ey, kein Stück noch oben, bitte. Das ist ein scheiß Spot hier. Die kassiert ordentlich, der Kollege. Aber mir ist auch noch einer jetzt. Basti, ich muss deine Hilfe beim Schießen. Aua, 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 aua. Wir müssen unser Schiff hier... Digga, wir haben 27, okay, Jungs. Ihr müsst runterkommen. Ihr müsst runterkommen. Rieser muss mich vielleicht retten. Warte, ich muss... Ich kümmere mich auch um... ums Wasser. Vielleicht musst du mich auch retten. Wir schauen mal. Jungs, ich kümmere mich um die Krake, ja? Oder braucht ihr meine Hilfe? Ich kann gar nicht fahren. Ich muss mich ums Schiff kümmern. Wirklich, Digga. Ja, okay, passt, passt, passt. Wir müssen gerade Prius schießen. Wir fahren aber nicht irgendwo gegen, gerade. Wir fahren irgendwo gegen. Ist egal, ist egal. Oh mein Gott. Mach keinen Schaden. Okay, Baba, ich hab einen guten Spot. Die Krake ist gleich da und nicht mehr in Krake. Die neue Krake, neue Krake im Schiff. Oh mein Gott. Oh, die kassieren, die kassieren, die kassieren. Wo sind die Löcher? Die Krake? Oh Gott, ich hab einen HP, Jungs. Die kassieren, Jungs. Die große Krake ist gleich da und... Er lade sich auch, Digga. Er lade sich auch. Jungs, die große Krake ist gleich da und... Ja, Kevin. Kevin. Wir kämpfen alle gegen so fünf Kraken hier im Raum. Oh, ich hab einen HP vor. Oh, wirklich, die große Krake ist echt gleich da und... Ich geh mal kurz, ich geh mal kurz ans Steuer. Oh, schön. Schön, Kevin, Kevin. Okay, großes Da und... Was los? Schön. Ja, Mann. Die große Krake ist da und vorne. Okay, vielleicht... Warte, ich guck mal, ob die Epic Loot hatte. Let's fucking go. Dude, any Pog-Use im Chat? Wir haben an Bord immer noch Krabben. Ja, ich bin tot. Oben rechts im Schlafzimmer. Ach, wir können hier nur... Wir können jetzt nur weiter ins nächste Level. Okay, ich helfe. Aber wir gehen erstmal in den Dungeon, okay? Oben rechts, tot. Ja, komm. Ja, wir helfen dir gleich passiert. Ich hab jetzt auch wieder Cash bekommen. 50. Wir sollten alle Glück haben jetzt. Ey, irgendwo läuft Wasser rein, Jungs. Irgendwo läuft Wasser rein bei uns. Es packt bei mir. Ja, oben rechts. Und da sind diese Kackhaufen. Die müssen wir auch noch weglassen. Oh, fuck. Ich werd... Ey, ich hab ne Kacke bei mir. Na, hier. Kacke ist oben. Ja, hier oben sind... Sind... Sind zwei. Einfach drauf, Jungs. Vielleicht ist grad kein Steuermann an Bord, ne? Ne, einfach... Ich mach Maschinen mal kurz aus, dass wir mal chillen. Ja. Ey, Jungs. Oh, ich werd gleich hops gehen. Olle, Johnny nervt ein bisschen. Da kommt noch einer. Ey, hier sind übelst viele Kraken. Warum kommen die denn alle her gerade? Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Spring. Schön. Sehr gut. Da oben ist noch einer bei mir. Oh, fuck. Wo kommt überall das Wasser her? Danke, Bro. Ich hab irgendwo ein Riesenloch. Also, auf No Sexual. Ich bin die ganze Zeit am Sterben, Alter. Alter, hier ist alles voll mit so Krakenleichen. Na, ich hab ne fucking... Komm, drauf, da, drauf, da. Schön, 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 dies down. Wo ist noch was? Oh, schön. Wasser. Irgendwo haben wir Leck? Haben wir alles? Wir haben alle Lecks weg. Nice. Die ganzen Haufen weg. Okay, lass diese Kackhaufen wegmachen hier. Ja. Alles gut. Nice. Schön, schön, schön. Okay, raus. Okay, ich würde ganz gerne regenerieren dann jetzt gleich. Ja, ich würde auch... Alle gehen mal auf Voll-HP, so weit ihr könnt. Okay, hier oben müsste jetzt aber eigentlich das sein, ne? Der Tempel von Zeus. Nice. Wooo. Good Job, Jungs, yo. Alter, das war wild gerade. Wir haben diesen Boss gefightet. Nice. Okay, äh, Gas. Ganz kurz, Bro, bevor wir losfahren. Warte mal, bis alle auf Station sind oder so. Ich glaube, Basti ist auch noch nicht an seiner... Ich bin jetzt an Position. Okay, warte, ich bin jetzt auch an Position. Okay, zwei. Wollen wir wieder hochfahren? Ganz kurz, wollen wir uns da hochfahren? Ja, Pedro, eins da. Wir fahren wieder hoch zu dem Ding und kaufen. Ja, Pedro, zwei da. Dankeschön. So, alles sind ready. Alles ist da. Aber hier war das doch, oder? Guck mal, das war doch hier. Ja, es kann sein, dass man nicht mehr hoch kann dann, wenn das das Zug macht oder so. Dann einfach jetzt Konzentration auf das nächste. Vielleicht kriegen wir ja normalen Zeusy. Aber dann haben wir richtig viel Geld verprasst für nichts. Wir können jetzt nichts machen, Leute. Wir sind jetzt Seenmänner. Wir müssen da jetzt weiter. Ja, der Verlust, der Verlust... Geld ist ja nichts wert bei uns. Wir sind Seemänner. Scheiße, wir haben das Geld, was du hast hier gemacht. Das Abenteuer ist die Bezahlung. Es geht ums Blank, aber wir können ja nichts machen. Ja. Warum, dann geht es nicht weiter hoch, oder was? Nee, das hat man abgeschlossen. Hier rechts geht es ja auch nicht hoch. Ja, okay. Wir sind stuck. Wir sind jetzt eine Wand. Wir sind stuck. Oder wir können noch links noch weiter vielleicht. Nee, nee, nee. Das ist alles... Ich habe mich schon alles aufgestellt. Im Realtalk, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir noch mal zu so einem, äh... Wie heißt es? Zu so einem Ding kommen. Und dass wir dann nur noch den Rest bezahlen müssen. Fahr mal bitte ganz nach links. Ich fahre ganz nach links. Weil, also... Kann sein, dass es jetzt Shit-Talk ist vom Chat oder so, aber ich meine, dass man links und dann nach oben... Ja, ja, mein Chat auch, aber ich glaube es nicht. Mein Chat schreibt auch nicht. Mein Chat ist ziemlich intelligent. Guck mal hier. Ich muss das wissen. Ja. Da geht es nicht lang. Wir haben, glaube ich, eine Kröte bei uns drin, Jungs. Ja, wir haben einen Leck. Ich gehe mal hier nach unten. Wo ist das Leck? Rechts oben ist es nicht. Äh, unten links bitte mal Hilfe. Ja, komm mal. Bitte Hilfe. Ich fahre. Leck und Krabbenmeister. Oha, wir sind hier in so einer grünen Scheiße, Jungs. Wir sind hier in so einem Licht. Oh, leck. Was? Was jetzt? Was ist das? Day 2. Tag 2. Ah, wir haben einen Save-Point erreicht, glaube ich. Oha. Oh mein Gott. Safe? Als ob? Damage ab. Jeder hat was anderes bekommen, oder? Wir können nur was mit WASD machen, Jungs. Bei mir stand Max Health Up. Infected Deaths. Okay. Wir sind jetzt in einem neuen Gebiet. Ich sehe nichts, wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht, Drehzmann. Drehz, Licht. Dann mach bei mir oder bei Basti die Torpedo weg, oder? Oh mein Gott. Naja, ich kann Antrieb auf... Oder Antrieb ein bisschen runter? Antrieb mache ich dann nur auf Stufe 1 halt einfach. Easy. Okay, okay. Unsere Torpedos wurden geupdatet. Seht ihr das? Nee. Nee, das normale Ding sieht anders aus. Oh mein Gott, wir sind jetzt ganz... Nein, wir sehen die ganze Zeit so aus. Echt jetzt? Ja. Okay. Okay, im nächsten Dungeon brauchen wir wieder so eine Batterie. Dann kann ich Licht so bauen. Unser Fuel ist fast leer, Jungs. Wir müssen echt mal... Wir müssen neuen Dungeon mit Fuel auf jeden Fall. Ja, neue Dungeon. Ja. Du, das ist ein bisschen Spooky jetzt. Oh Gott, was war das? Schön, guter Prüffeier. Guter Prüffeier. Das ist so geil, dass die Lampen so... Wie die leuchten, irgendwie ist es so satisfying. Aber eigentlich, guck mal, das Spiel ist mega scuffed, aber es macht trotzdem mehr Spaß... Als Triple-A-Spiele-Koop. Aber Fuel-Tour, wieso findest du, dass es scuffed ist? Das Spiel ist auch so ein bisschen scuffed, weil es ist halt so... Es sieht so cool aus. So, guck mal, wenn man sein Boot so dreht. Ja, okay. So 2D. Ja, okay, okay. Oh, missklick. Aber es macht trotzdem mehr Spaß als so Gears of War. Aber... Jungs, wir haben den Leck. Ruhe, Ruhe, wir haben den Leck. Okay. Oh Gott, der Unsinn, ganz viele Tiefseemonstern. Leck nicht gefunden bisher. Same. Okay, ich schau auch mal. In der Mitte, oder? Hier, Mitte, ja. Leck gefunden beim Kapitän. Ja, okay. Dann komm ich denen, das ist Leck. Ich helfe dir schnell, Bro. Okay, Baba. Äh, noch eins irgendwo? Bei mir unten. 2 noch, 2 noch, 2 noch irgendwo. Bei mir eins? Oh mein Gott. Das ist im Schiff halt auch dunkel. Ich gehe wieder an meinen Schießding. Yo, vorsichtshalber, ihr macht das mal. Entschuldigung. Okay, alle Lecks weg. Gut Job, gut Job. Okay, machst du wieder pre-feiern? Ja, ja. Aber die Position der Kanonen ändert sich nicht, wenn ihr schießt und ich mich drehe, ne? Die bleiben gleich. Naja, wir sind halt, anstatt links oben bin ich quasi rechts oben dann. Siehst du? Jetzt bin ich rechts oben. Achso, ist er dann, ah! Oh Gott. Was war das denn? Ich wurde gerade weggeschleudert von da unten. Wir haben was gerammt. Ja. Nur noch 48 Uhr, es muss noch eine Beule sein. Bro, das ist voll cool, dass wir mit diesen Kanonen jetzt auch so Lampen haben, Basti. Weißt du, was ich meine? Ja, nochmal, nochmal. Ultra nice. Oh, oh, da, da, da. Oh, wir werden immer angegriffen. Wir haben ein Leck, wir haben ein Leck. Wir haben ein Leck, ja. Kann sich jemand drum kümmern? Ich suche. Wir haben mehrere Lecks. Hilfe. Genau, unten links ist nur eins. Bringt das was, wenn wir die Viecher töten? Kriegen wir dann mal irgendwie Geld oder so? Nee, nee. Gar nichts, halt außer, dass sie uns nicht beschädigen können. Okay, Bro, das ist wieder Mint. Sehr gut, Jungs. Okay, schön. Was heißt Mint eigentlich? Weil das sagt man ja bei Pokémon Karten. Das heißt so, es ist so clean. Ich weiß, was es bedeutet, aber was ist die 1 zu 1 Übersetzung? Mint? Weil man sagt das ja auch so bei Pokémon Karten oder so. Nein, so perfekt ist das frisch? Frisch vielleicht? Ja, vielleicht so frisch wie eine Minze, I don't know. Ja, Mint Condition ist halt so absolut gut. Bro, I see. So, Leck, fresh. Drei Lecks, drei Lecks, drei Lecks. Dinkes Leck, oben rechts auch. Ich helfe, ich helfe gerne mit auch. Ich nehme immer diese Scheißen hier raus. Achtung, Achtung, Mega Kappe. Okay, bei mir ist Leck weg. Hier oben sind zwei, Achtung. Hier ist noch Leck beim Kapitän, mache ich auch weg. Mint ist ein Neufabrikat anscheinend. Ja, ja, aber ich meine... Wir wissen, was es ist, aber was heißt Mint? Genau, genau. Oh, Jungs, Basti, 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 Basti. Basti, 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 Basti. Ja, warte. Aber das muss ich, hat sich einer ausgedacht gemacht. Ich habe ein Torpedo gejoggt, lass mich drüber reden. Achtung, 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 Achtung. Ganz viele Löcher, ganz viele Löcher. Richtig fette, krabbe Torpedo. Ja, wir kriegen hier ab dem Damage, Basti, wir müssen ihn töten. Torpedo, schnell, schnell, schnell. Wir sterben gleich. Mann. Bei mir auch noch ein Loch. Boot, 26 HP. Basti, du musst mit Helfen schießen, anstatt zu reparieren. EMP, EMP, Achtung, wir haben so ein Ding dran, wir haben so ein Ding dran. Nein. Oh nein. Oh nein. Was jetzt? EMP, EMP. Mach Licht an, wir leben noch. Wir leben, aber alles ist voll mit Krabbelviechern bei uns. Repariert das Schiff. Strom ist gerade noch außer Gefecht. Oh Gott, hier sind so viele Monster. Hier sind so viele Krabbler. Oh, hier sind noch so Krabbenarme oder sowas. Oh Gott, ein Krabbenarm winkt mir durchs Fenster. Oben ist noch eine Krabbe über uns. Oben ist wieder an. Wir haben wieder Löcher oder sowas. Liegt es wieder an. Fehlt mal diese Krabbenviecher, Jungs? Digga. Das ist unmöglich, die kriegen wir niemals tot. Oh, rest mich mal, rest mich mal, dann kann ich dir helfen. Rest mich mal oben, oben links. Oben bist du, gerade oben? Ja, pass auf vor dem Arm. Oha, der macht ja du gut Damage. Der ist der Boss. Ja, es sind zu viele bei mir. Okay. Okay, hab dich. Ich bin aber auch Low-HP-Car. Da kommt aber Glibberwasser. Ja, ich bin jetzt wieder auf 9. Bei mir sind Löcher, da kommen die glaube ich irgendwie... Löcher zumachen, wenn es geht, Jungs. Ja. Wasser können wir wirklich nicht gebrauchen. Ey, aus diesen Löchern kommen neue raus. Die müssen wir wegmachen. Ja, die sind unten, diese Löcher. Ja, hier sind aber auch noch mehr. Die sind überall. Oh Gott, hier sind so viele. Oh, wir kriegen auch noch mal mehr Löcher, Jungs. Ja, wir haben irgend so eine Krabbe bei uns. Kann jemand nochmal ganz kurz an Torpedo ran gehen? Wir werden übelst abgefasst. Soll ich nochmal EMPen vielleicht? Ja, EMP nochmal. Kannst du? Kannst du dann mach. Mach mal ein EMP. Ne, ich kann nicht, kann nicht. Ich muss pennen. Ja, wir werden die ganze Zeit angegriffen. Basti, du musst mir helfen. Ich bin down. Ja, wir werden die ganze Zeit angegriffen von außen. Repariert, ich kümmere mich drum. Jetzt ein EMP wäre so Baba. Wir werden nicht mehr angegriffen. Ich bin tot im Maschinenraum. Ich habe ein EMP. Oh Gott. Okay, er ist tot. Er ist tot. Das, was uns angegriffen hat, ist tot, Jungs. Schön, weiter, weiter. Ich bin tot. Reds, please. Oh, ich habe ein EMP gemacht, oder? Ja. Ja, ich glaube schon. Aber hätten wir nicht gebraucht. Doch, natürlich, weil wir werden von außen angegriffen. Nein, das habe ich getötet, das fiel. Okay. Danke für den Reds, Bro. Auch tot. Okay, letzter Skull. Ich bin der Letzte? Ich lebe auch noch. Basti und ich tot im Maschinenraum. Oha, hier sind tausende Viecher. Ja, es ist alles voll mit Viechern. Oh Gott, hier ist alles voll. Ich kann nicht zum Band. Mach Leather Abuse. Leather Abuse? Oha, Smart. Pass auf, ich heile. Warte, warte, warte. Ich heile und dann komme ich. Oh, es kommt ganz viel Wasser rein. Es kommt ganz viel Wasser rein. Von wo? Leiter und Drop. Leiter Drop. Leiter Drop. Die Löcher wegmachen. Die Löcher wegmachen, Bro. Oh Gott. Ich habe eine P, ich habe eine B. Ich habe zwei B. Ah, ich bin tot. Fuck. Jungs. Ich bin noch viel choken. Wie nicht choken? Was soll ich da machen? Karl, du holst es. Kannst du die hier in der Mitte unten holen? Oh Gott. Oh Gott. Neues Viech kommt. Oh, fuck. Ach du Scheiße, ist das schwer. Oh, das war wirklich schwer. Aber guter Try, Boys. Oh, guter Try. Wir sind richtig weit runtergekommen. Boah. Okay, schade dafür. Alter, muss da noch alles kommen und schau mal auf die Skana, Alter. Ich glaube, dass wir mit diesem, was wir hätte kiten, kaufen können. Level Up. Nice. Ich glaube, dass wir da so eine neue, bessere Waffe bekommen hätten, die uns krass viel geholfen hätte. Ich glaube auch, diese 100 Dollar waren echt, das war richtig bitter. Haben wir irgendwas Neues im Katalog? Ich weiß nicht, könnte sein. Warte, können wir jetzt die Pistole kaufen? Ich glaube schon, ja. Müssten wir. Okay. 1,6 haben wir jetzt. Wir gehen noch mal rein, oder? Ja, save. Ja, geil. Warte, dann gehe ich noch mal ganz kurz aufs Klo, okay? Mach das, Bro. Leute, wollen wir uns, wollen wir irgendwie zwei Leute sich ein Säbel holen, oder so? Weißt du, wie ich meine? Dass wir halt einfach ein bisschen besser fighten können im Notfall. Junge, ich will ein Säbler sein. Weil jetzt am Ende, es lag halt einfach daran, dass wir die Viecher unten nicht schnell genug down bekommen haben. I don't know. Soll ich Säbel coppen? Ich hab 1,5. Wir haben alle das gleiche. Haben wir alle 1,6, 8,3? Ja. Achso. Ja, was denkt ihr? Soll einer coppen? Das Ding ist halt der, der kommt, hat halt keine Wrench zum reparieren, ne? Ja. Aber wenn ich das vielleicht mache, dann machen wir so bei Krisensituationen, bleib ich in der Kanone. Ja, das Ding ist halt, du musst dann auch aus der Kanone raus, weil an Bord dann die Grappler kommen, weißt du? Ja, ah, ah. Real Talk, ich glaube auch, es war jetzt schon ein paar Mal so, dass bei Karl oben ein Loch war oder so und er war halt im Steuer drin. Ich glaube, er muss dann einfach sagen, Digga, mach kurz Antrieb weg, dass wir quasi stillstehen. Ja. Und dass er dann halt auch mithelfen kann drinnen. Weil Digga, Basti und ich sind da teilweise unten da am rotieren, weil wir da 5.000 Spinnen haben, 5.000 Löcher und so. Das können wir manchmal nicht mal handeln, da brauchen wir Hilfe da unten. Ja, was seht ihr? Soll ich Sword holen? Sword? Ja, also es macht keinen Sinn, wenn ich eins hole, weil ich muss unten so viel... Wollen wir was? Fuck it. Habs gekauft. Okay. Bro, ganz ehrlich, man muss fucking Investments machen vorne. Ah, hast recht, Digga. Lad mal ein. Boah, nichts kommt nichts, weißt du, wie ich mein? Das hab ich mir auch damals gesagt, als ich in Uran investiert hab und es hat fucking awesome funktioniert. Also ich glaube eigentlich, dass es am schlauesten gewesen wäre, wenn Dings nicht das skulltete Karl, oder? Ich weiß nicht mehr, er ist halt ganz oben. Das heißt, wenn wir irgendwelche Löcher oben haben, wär er halt der Erste, der da reparieren könnte, wenn er halt actually aus seinem Steuer rausgeht, so. I don't know, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Ich meinte gerade von meinen Zuschauern, dass er über 1K Stunden in diesem Game hat. Shit. Bro. Okay, holy shit, we are flex. Ich hab euch übrigens alle eingeladen, Freunde. Ja. Standard leben auf 13 oder so? Nee, scheiß doch. Schon noch mal. Okay, hol uns. cold K Vedieren. Genau, wir machen. Und jetzt. Wir machen genau das für's. Wir machen uns auf den nächsten Kanal und mal. Vielen Dank! Und jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020